Was wurde letzten Sonntag eigentlich hier gepredigt? Babyboomer waren dabei. Radikale Annahme, das war's. Radikale Annahme und es ging um Vorurteile, Vorurteile, die wir so im Herzen tragen, die die radikale Annahme behindern. Ja, und es ging um verschiedene Generationen. Ich habe auch was dazugelernt, die neueste Generation, den Namen, den habe ich noch nie gehört, Alpha war es, glaube ich, Generation Alpha, war mir noch gar nicht geläufig, aber ganz gut, dass ich das auch mal im Kopf habe. Radikale Annahme und wir bleiben in dieser Reihe und ich habe mit Manuel kurz gesprochen und er hat gesagt, Mensch, es wäre gut, wenn du, wenn du übers Reden sprichst und da ist mir natürlich eine Bibelstelle, ja, die Bibelkundigen wissen das, Jakobus 3, das ist ja die Stelle, wo es übers Reden geht und ich dachte mir, ach ja, das könnte man ja vielleicht so nennen wie hüte deine Zunge, fand ich eigentlich ziemlich gut. Dann bin ich ins Gebet gegangen, also ich habe mich hingelegt aufs Sofa, so funktioniert es dann, nee, ernsthaft, habe die Augen zugemacht und habe das Ganze mal so sacken lassen und ich dachte, hüte deine Zunge, ist gut. Aber Gott hat mir was ganz, was anders gegeben und ich bin noch eine ganze Weile gelegen, wo ich mir gedacht habe, vielleicht überlegt er sich es ja nochmal und wir nehmen doch Hüte, aber es wurde daraus, sprich ein Machtwort und da bin ich nicht ganz so warm geworden damit am Anfang, sprich ein Machtwort. Ich dachte, Herr, echt jetzt? Sprich ein Machtwort? Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich lese mal in die Jakobus-Stelle rein, die kenne ich ja, vielleicht kann ich den Titel ja noch umändern. Man kann mit Gott ja reden, ist ja nicht so, dass Gott nur sagt, bumm und fertig, man kann mit Gott ja reden. Und dann habe ich reingelesen, Abvers 4, Jakobus 3, Abvers 4. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Erstmal bis dahin. Ja, das kommt mir bekannt vor, die Gerüchteküche. Ja, du streust etwas, da ist so ein Stückchen Wahrheit mit drin, irgendwas stimmt da dran. Du garnierst es mit Übertreibungen, du lässt bestimmte Informationen bewusst weg, du verkürzt Sachen und dann wird es ausgestreut. Und dann siehst du, wo dieses Gerücht überall aufgeht und wie schnell dieses Gerücht die Runde macht. Mir selber ist mal echt was Peinliches vor ein paar Jahren passiert. Ich habe ein ehemaliges Gemeindemitglied in Fürth getroffen, völlig unverhofft und gefragt, Mensch, und wie geht es dir? Und wir haben ein bisschen gequatscht und dann habe ich gesagt, ja, Mensch, tut mir leid, ich habe gehört, du bist gar nicht mehr mit deiner Frau zusammen. Dann schaut er mich an, völlig entgeistert und sagt, natürlich sind wir noch zusammen. Ich habe mir gedacht, weißt du, in meinem Kopf war ein Gerücht, die sind auseinander und es ist so hängen geblieben bei mir. Natürlich kam gleich die Rückfrage, von wem hast du das? Ja, wer war es? Will ich mich erinnern in dem Moment? Will ich mich erinnern, weil ich genau weiß, dann wird er mit ihm und das ist Jahre zurück. Ich habe mir gedacht, Andi, wie kriegst du diese Kuh wieder vom Eis? Wollt ihr das Ganze so abschwächen? Er sagt, naja, du, das habe ich gehört damals von verschieden. Wer hat dir das gesagt? Gut, irgendwann habe ich dann den Namen genannt und gesagt, vielleicht habe ich da was falsch verstanden und irgendwann habe ich gedacht, Andi, hör auf mit dem Gesappel. Ich habe gesagt, ey, das tut mir echt leid. Ich habe das mitbekommen und ich bin der Sache gar nicht nachgegangen und es ist so hängen geblieben in mir, ja, und das kann echt etwas kaputt machen. Vielleicht hat er schon längst wieder Frieden darüber gehabt, über diese Sache und ich habe das Ganze wieder hochgezogen und habe es brisant gemacht. Wir sind im Guten auseinandergegangen, aber ich habe meine Lektion, glaube ich, wirklich gelernt. So ein Gerücht ist wie ein Lauffeuer. Irgendwo zündet es an und es schwelt. Es brennt sich langsam durch. Es brennt sich vorwärts. Es beschädigt Personen. Es diskreditiert Personen, macht sie unglaubwürdig und verbaut unter Umständen auch Wege. Ja, wenn du ein Gerücht streust, dass jemand vielleicht Dinge entwendet hat in einer Einrichtung und jemand wird dafür bekannt, dass man besser im Raum ist, wenn die Person im Raum ist und der hat vielleicht wirklich mal was gemacht, hat sich dafür entschuldigt, ist ein anderer geworden. Aber das wissen viele vielleicht gar nicht. Dieses Gerücht bleibt und es kann dir Wege in der Zukunft wirklich verbauen. Wir müssen vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Es geht weiter in Vers 6. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Ja gut, da habe ich gedacht, na also, können Worte so viel Macht haben, die Welt anzünden und sind von der Hölle entzündet? Kann das sein? Und ich bin auf einen Satz gekommen, der leider mit unserer Gesellschaft, in unserem Land sehr viel Unheil angerichtet hat. Und ich würde euch bitten, mal dieses erste Bild einzublenden. Das stand bei uns, die Juden sind unser Unglück. Dieser Satz wurde ausgesprochen, er wurde aufgeschrieben, er wurde plakatiert. Und dieser Satz ist in den Köpfen hängen geblieben. Die Menschen wurden ständig damit konfrontiert. Die Juden sind unser Unglück. Es hat das Denken in unserem Land beeinflusst. Es hat Herzenshaltungen gebildet. Es hat dazu geführt, dass Menschen, die vorher nicht bereit waren, jemand anders Schaden zuzufügen, auf einmal gewaltbereit wurden. Es hat dazu geführt, dass sich distanziert wurde von Menschen, die man eigentlich gar nicht kannte oder die man doch kannte und auf einmal zurückgetreten ist. Aus welchen Gründen? Weil ein Satz hineingesprochen worden ist. Ein Satz, der Macht hatte. Die Juden sind unser Unglück. Das ist ein Machtwort. Das ist nicht irgendein Quatsch, den jemand bietet. Es ist ein Machtwort. Warum? Weil er eine ungeheure Kraft in unserer Gesellschaft entfalten konnte. Mehr Kraft, als sich viele vorstellen konnten. Es hat letztendlich dazu geführt, dass eine ganze Gruppe unserer Bevölkerung, die Juden, den Machthabern preisgegeben wurden in der NS-Zeit. Man hat sie einfach preisgegeben. Man hat die Augen zugemacht oder man hat sogar selber daran mitgearbeitet, diese Menschen, den Beruf ihnen wegzunehmen, diese Menschen einzusperren, diese Menschen zu meiden, diesen Menschen Dinge zu unterstellen, die völlig aus der Luft gegriffen waren. Gerüchte. Das ist ein Machtwort. Und als dann in unserem Land Zweifel aufkamen, ob an dieser ganzen Ideologie vielleicht doch einiges falsch ist, als Deutschland 1943 in Stalingrad war es eine herbe Niederlage erlitten hat, das Ganze ins Stocken kam und man gedacht hat, die Überlegenheit dieser propagierten arischen Rasse ist vielleicht doch nicht so. Was hat man gemacht? Der Propagandaminister, der Goebbels damals, hat im Sportpalast in Berlin 15.000 ausgesuchte Leute eingeladen und hat eine Rede gehalten mit dem Ziel, Deutschland auf diesen Krieg einzuschwören, diesen Krieg zu intensivieren, diesen Krieg total zu machen. Total heißt, jeder kämpft mit bis zum Sieg und zwar bedingungslos. Und er hat diese Leute eingepeitscht und er hat sie gefragt am Ende, er hat es gebrüllt, ich will das gar nicht hier jetzt brüllen, wollt ihr den totalen Krieg Volksgenossen und Volksgenossinnen, wollt ihr den totalen Krieg? Die Menschen sind aufgestanden, haben ihre Hände nach vorne gestreckt, haben gejubelt und dann kam das eigentliche Machtwort, das eigentliche Wort, was eine ungeheure Kraft entfaltet hat. Ihr kennt diesen Satz, nun Volk steh auf und Sturm brich los und dann ist ein Sturm losgebrochen. Und ich weiß, die Widerstandsbewegungen waren da im Volk. Ich weiß, dass welche dagegen aufgestanden sind, in der Kirche, in der Gesellschaft, die sich gewehrt haben gegen diesen Sturm, der von der Hölle entzündet war. Aber letztendlich war es so, dass alte Jugendliche und sogar Kinder gekämpft haben, einen völlig aussichtslosen, sinnlosen Kampf für wen. Ich habe noch ein Bild, zeig das mal. Es wurde in Nürnberg aufgenommen, am Kongresszentrum oben war ein Flakgeschütz. Das sind vier Schüler aus einem Gymnasium und die sind tatsächlich in dieser Kriegszeit noch in die Schule gegangen. Die haben einen Unterricht in der Zeit bekommen, einen verkürzten Unterricht und sind als Flakhelfer ausgebildet worden und mussten dann auf dieses Flakgeschütz. Und das sieht noch recht chillig aus, weil man sich mit der Technik vertraut macht. Ja, verblendet für etwas zu kämpfen, was völlig sinnlos und aussichtslos ist. Wirklich Kanonenfutter. Und das hat mir wirklich wehgetan. Aber was war der Grund? Es waren Machtworte, die verfangen haben. Worte, die etwas in sich tragen und diese Kraft in den Herzen entfaltet haben. Eine ganze Gesellschaft dazu gebracht haben, etwas zu verteidigen, was gar nicht zu verteidigen war. Von der Hölle entzündet. Worte können eine ungeheure Macht entfalten. Wir haben das selbst erlebt in diesem Land. Ich bitte euch mal einfach aufzustehen. und legt mal eure Hand aufs Herz und sprecht einfach zu euch. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und jetzt wendest du dich mal jemandem zu und sprichst es dem anderen zu. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Okay, Dankeschön. Ihr könnt euch setzen. Worte haben Macht im Negativen wie im Positiven. Wenn ich das Ganze jetzt in der Nürnberger U-Bahn probieren würde, könnt ihr mal bitte alle aufstehen und eure Hand aufs Herz legen. Ernte ich wahrscheinlich seltsame Blicke. Die meisten werden mich ignorieren. denken, der spinnt. Warum? Weil ich diese Menschen nicht kenne und weil sie vor allen Dingen mich nicht kennen und mir deshalb nicht vertrauen können, weil sie keine Beziehung zu mir haben und weil ich in dieser U-Bahn überhaupt kein Mandat habe. Ich bin nicht mal von der VAG. Und selbst da wäre es schwierig für einen VAG-Mitarbeiter zu sagen, steht ihr mal alle bitte auf. Da würden vielleicht noch der ein oder andere pflichtbewusst aufstehen, sich denken, was wird das jetzt? Aber ihr seid aufgestanden, weil ihr mich kennt und weil ihr mir vertraut und weil deshalb meine Worte bei euch verfangen. Ihr denkt nicht bis ins Kleine. Das war jetzt nicht schwer bei der Aktion. In der Klasse. Wenn ich das in der Klasse mache und sage, steht mal bitte auf. Stehen alle auf. Da habe ich ein Mandat und die kennen mich und vertrauen mir. Wenn ich sage, leg die Hand aufs Herz, machen die das auch. Und wenn die sagen, was weiß ich, Herr Hellinger, was sollen wir jetzt machen? Dann sage ich zu denen, Mensch, sprich einfach mal zu dir, ja, ich bin gut gelungen. Dann sagen die alle, ich bin gut gelungen. Das machen die. Wenn ich sage, stellt euch mal jetzt auf ein Bein dabei und dreht euch im Kreis, machen die das? Warum? Weil ich das sage. Weil ich der Lehrer bin und weil irgendwas da dran schon stimmen wird. Warum? Weißt du? Nö, wir machen es mal einfach. Weil es Spaß macht. Versteht ihr? Ich habe Macht. Ich habe Einfluss. Und ich muss aufpassen, was ich mit dieser Macht mache. Ich könnte in meiner Klasse Gerüchte streuen über die anderen vierten Klassen. Könnte unsere Klasse zu einer besonderen Gruppe machen, die besser und stärker ist und meine Klasse würde mir das irgendwann glauben. Ich könnte meine Klasse positionieren gegen die anderen Klassen und sie würden irgendwann glauben, dass das wirklich so ist. Wir müssen so aufpassen mit diesem Einfluss, den wir haben, mit der Macht, die uns gegeben ist. Und sei es bei unseren eigenen Kindern, in unseren eigenen Gruppen. Worte haben Macht. Sind letztendlich oft Machtworte. Sprich ein Machtwort. Das klingt doch erstmal nach Druck ausüben. Sprich ein Machtwort zu Hause. Hau mit der Faust auf den Tisch. Oder in der Schule. Ich habe es letztens gemacht. Die Faust tut noch immer weh. Ich hatte die Schüler so genervt, wirklich, und die Mitschüler auch so furchtbar genervt. Und wir haben immer wieder versucht, den Gedanken aufzugreifen und fortzuführen. Und wir stehen als Viertklässer vor dem Übertritt in die nächste Schule. Das ist wichtig im Moment. Und da hat es mir gelangt und ich habe mir der Faust auf den Tisch gehauen. Und mir gesagt, du hältst jetzt da eine Klappe. Es tut heute noch weh. Es war ein Machtwort und es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Es war Ruhe. Aber wir konnten auch nicht konzentriert weiterarbeiten. Irgendwas war an diesem Machtwort nicht gut gelungen. Es kam, glaube ich, aus der falschen Quelle heraus. Machtwort heißt zum Schweigen bringen und verheißt oft Unheil. Ja, richtig. Vers 6 in Jakobus 3, wenn es von der Hölle entzündet wurde. Ein Machtwort verheißt wirklich Unheil, wenn es getrieben ist von Rache und Bitterkeit. Wenn du in einem Zustand der Rache, wenn du also Vergeltung suchst, ein Machtwort spricht, dann wird es Leben zerstören. Da kann eine Wahrheit mit drin stecken. Ist völlig egal. Dieses Machtwort wird Leben zerstören. Wenn du ein Machtwort sprichst, getrieben von Angst, dann wird es Menschen verletzen. Auch wenn da Wahrheit drin steckt. Wenn du ein Machtwort sprichst, getrieben von Eifersucht, dann kann es Beziehungen zerstören. Auch wenn eine Wahrheit darin ist. Wenn du ein Machtwort sprichst, getrieben von Stolz, dann wird es Menschen verführen. Und genau das ist passiert. Wenn aber dieses Machtwort vom Heiligen Geist entzündet wird, dann schafft es Klarheit. Es bringt zur Besinnung. Mir ist Folgendes passiert. In der U-Bahn. Schau eine Zeit her. Ich saß in der U-Bahn nach der Arbeit am Nachmittag wirklich müde. Und wie die meisten Menschen, die wollen in der U-Bahn ihre Ruhe haben. Die meisten gucken ins Handy, die anderen gucken irgendwo hin. Aber du siehst kaum Menschen, die sich irgendwie unterhalten. Und dann sind zwei eingestiegen. Ein Pärchen. Sichtlich angetrunken. Haben sich lauthals angekeift. Und das ging eine Station. Und nochmal. Und er ging immer wieder zu ihr rüber. Hat sie geschubst. Hat sie aufs Übelste beleidigt. Sie zurückgekeift. Und er wurde wirklich körperlich gewalttätig. Ihr Gegenüber. In mir war hoffentlich kommt bald meine Station. Und ich kann aussteigen. Was will ich zwei Angetrunkene hier irgendwie. Ja, was will ich da machen. Komm. Na, lasst uns mal drüber reden. Ja. Das ist wahrscheinlich der falsche Ton. Ja. Oder du langst nochmal der Hand hin. Dann kriegst du ein paar gescheuert. Ich wollte wirklich raus aus dieser Situation. Aber in mir. Ich kann das gar nicht erklären. Kam eine Wut hoch. Eine Wut hoch. Aber anders. Ich kenne meine Wut. Die kenne ich. Es kam eine andere Wut hoch. Und ich bin irgendwann einfach aufgesprungen von meinem Sitz. Und habe wirklich laut gebeten. Es reicht jetzt. Und habe die beiden angeschaut. Die waren wie vom Donner getrunken. Waren wie vom Donner gerührt. Haben aufgehört. Sind nicht Lampon geworden. Sind dann an der nächsten Station ausgestiegen. Ohne zu flugen. Ohne zu schimpfen. Und er hat aufgehört sie zu schlagen. Keine Ahnung was weiter passiert ist. Ich habe in dem Moment nur eins gemerkt. Ich wollte es nicht. Du kassierst vielleicht ein paar. Kriegst nur Feige. Wirst blöd angepflaumt. Was weiß ich. Es war etwas. Ein Machtwort musste in dieser Situation gesprochen werden. Damit die zur Besinnung kommen. Oder damit es einfach deeskaliert. Das war ein Machtwort. Das ist risikobehaftet. Das war mir klar in dem Moment. Und ich habe echt gedacht. Danke Herr. Das ging gerade noch mal gut. Ja. Ein Machtwort ermöglicht Vergebung. Wenn es vom Heiligen Geist entzündet worden ist. Ein Machtwort setzt frei und bringt letztendlich Frieden. Wenn es vom Heiligen Geist entzündet wurde. Um diese Machtworte geht es. Jesus selber hat Machtworte gesprochen. Ganz vorne schon in Lukas 4. Wurde er mit seinem ärgsten Widersacher konfrontiert. Erst Satan begegnet in der Wüste. Und der hat ihn konfrontiert. Er hat gesagt. Bist du Gottes Sohn? Das ist Vers 3 noch. Dann spricht zu dem Stein, dass er Brot werde. Jesus antwortete Lukas 4 Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sein Machtwort. Warum? Satan hat nicht gar nicht weiter diskutiert mit ihm. Er hat gesagt. Aber komm. Aber er wusste. Das ist sein Machtwort. Da brauche ich nicht weiter was probieren. Er hat etwas anderes probiert. In Vers 7. Wenn du nun mich anbetest, dann sollen sie ganz dein sein. Er hat gesagt. Ich übergebe dir so viel Reiche, wie du willst. Wenn du mich anbetest, gehören sie dir. Lukas 4 Vers 8. Jesus spricht. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Machtwort. Punkt. Keine Diskussion mehr. Letzter Versuch von ihm. Er hat gesagt. Du kannst dich auf die Zinnen des Tempels stellen. Schmeiß dich runter. Dir wird nichts passieren. Herr, willst du das nicht mal erleben? Jetzt als Mensch? Jetzt, wo du Mensch geworden bist? Dich worunter stürzen? Und du kommst heil unten an? Engel werden da sein. Möchtest du das nicht erleben? Jesus in Vers 12. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Punkt. Das ist ein Machtwort. Es beendet diesen Versuch. Vom Heiligen Geist entzündet. Ein Machtwort. Jesus schläft in dem Boot in Lukas 8. Das braucht ihr jetzt nicht einblenden. Die Jünger haben Panik. Die Umstände sind so. Das Boot droht zu sinken. Wir gehen unter. Jesus weiß, dass es nicht passiert. Aber er sieht die Angst seiner Schüler. Und manchmal ist es gut, den Schülern zu zeigen, dass man die Situation noch unter Kontrolle hat. Bei mir genauso. Wenn sich einer aufschlägt und blutet, Blut fließt, heilloses Geschreie. Ich muss ein Machtwort sprechen. Hinsetzen. Zeigen. Was ist es? Vorgehen. Pflaster holen. Kühlpack mitnehmen. Ruhe reinbringen. Machtwort sprechen. Was macht Jesus? Er stellt sich hin. Bedroht den Sturm. Es kehrt Ruhe ein. Alle können sich entspannen. Dieses Machtwort bringt Frieden. Bringt nochmal Klarheit. Wer ist der, dem wir uns anvertraut haben? Sogar der Sturm gehorcht ihm. Lukas 4. Können wir noch ein bisschen weiterlesen. 33. Lukas 4, 33. Es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist. Und der schrie laut. Halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ja, das stimmt in dem Fall. Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme, fahre aus von ihm. Der böse Geist warf ihn mitten unter sie, fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Das ist ein Machtwort. Ein Mensch, der die Kontrolle über sich verloren hat. Dem kannst du nicht sagen, beherrsch dich. Reiß dich zusammen. Das geht nicht. Der ist außer sich. Heutzutage würden wir den in eine Klinik einweisen und ruhig stellen. Das sind unsere Methoden. Das können wir ruhig stellen und sedieren, heißt es, glaube ich, immer. So, dass der da nicht rumtobt. Und versuchen mit Gesprächen seine Psyche wieder auf die Reihe zu kriegen. Jesus hat gesehen, was los ist und hat ein Machtwort gesprochen. Da ist etwas in dir, was raus muss. Können wir gleich weiterlesen. Vers 36. Vers 36. Es kam eine Furcht über sie alle und sie redeten miteinander und sprachen. Was ist das für ein Wort. Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm erscholl in alle Orte des umliegenden Landes. Vers 38. Er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus. Und Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber und sie baten ihn für sie. Er trat zu ihr, gebot dem Fieber und es verließ sie. Und zugleich stand sie auf und diente ihnen. Das finde ich auch cool. Liegt mit hohem Fieber. Ist echt geschlaucht. Jesus kommt, spricht, das Fieber weicht. Und was macht sie? Sagt, jetzt muss ich erst mal ausruhen. Nein. Gleich los geht's. Was ist zu tun? Also pass auf, wenn du krank bist und betest, wenn du schlagartig gesund wirst, geht's gleich wieder los mit Arbeit und mit was tun. Jesus hat ein Machtwort gesprochen und Krankheit ist gewichen. Jesus hat ein Machtwort gesprochen, Mächte der Finsternis sind gewichen. Naturgewalten haben sich beruhigt. Den toten Lazarus hat er herausgeholt. Er hat erst noch lange gewartet, bis der wirklich tot war. Lest die Geschichte nach. Der hätte schneller kommen können. Und alle haben gesagt, Mensch, wer ist du früher gekommen? Jesus, warum bist du so spät gekommen? Du hättest ihn vorher abpassen können. Weil Kranke gesund machen, das kannst du. Das haben wir erlebt. Nein, Jesus wollte etwas anderes zeigen. Ich habe Macht über den Tod. Der Tod muss mir gehorchen. Er stinkt schon. Macht es nicht. Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Tod, gib ihn wieder her. Ob der nun Spaß hatte, da wieder zurückzukommen. Oder ob es ihm besser gewesen wäre, da zu bleiben. Manchmal ist das wieder ins Leben kommen auch nicht lustig. Ganz ehrlich. Johannes, schwing. Hannelore. Im Koma gelegen. Jesus sagt, ich freue mich auf dich. Wir beten. Johannes, komm zurück ins Leben. Ja, wenn ich ins Leben zurückkomme, weiß ich, ich habe zig Knochenbrüche. Ich muss Medikamente nehmen. Es wird hart. Aber ich habe eine wunderbare Frau. Okay, ich komme zurück. Ja, ist so. Du kannst und musst dich entscheiden. Er hat eine wunderbare Frau. Er ist zurückgekommen. Wir haben Segen durch ihn. Viele Paare haben Segen durch euch beide bekommen. Preis den Herrn, dass er da ist. Aber es war eine Entscheidung. Es war eine Entscheidung für ihn. Kleine Kinder kommen. Eltern wollen, dass Jesus die Kinder segnet. Die Schüler sagen, Mensch, stört unseren Meister nicht. Er hat wichtige Dinge zu tun. Ja. Jesus spricht ein Machtwort. Er sagt, bringt die Kinder zu mir. Bringt die Kinder zu mir. Ja. Wenn ihr nicht so glaubt wie die Kinder. Ich sage es mit meinen eigenen Worten. Werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Er hat sie als Vorbilder hergenommen. Hat etwas gezeigt, was in ihren Herzen ist. Dieses bedingungslose Vertrauen. Dieses bedingungslose Vertrauen. Nicht alles erst durchdenken müssen. Bedingungsloses Vertrauen. Es ist ein Machtwort gewesen. Ja, du sagst jetzt vielleicht, bin ich Jesus? Was für ein Machtwort soll ich sprechen? Soll ich wieder Tode auferwecken? Ja, Kranke. Na ja, gut, darüber können wir reden. Aber ich bin doch nicht Jesus. Nein. Aber wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann ist Christus in dir durch den Heiligen Geist. Es ist derselbe Heilige Geist, den Jesus hat. Christus in dir. Und du hast Autorität und damit hast du auch Verantwortung. Du kannst dich nicht aus jeder Situation herausziehen. Bin ich Jesus? Du kannst dich nicht immer drücken. Du musst dieser Verantwortung auch gerecht werden und dich mal hinstellen und ein Machtwort sprechen. Die wichtigste Lektion aber möchte ich dir da mitgeben. Lerne erst mal, Machtworte zu deiner eigenen Seele zu sprechen, bevor du den Lehrmeister für andere Menschen machst. Nochmal, lerne erst mal, Machtworte zu deiner eigenen Seele zu sprechen, bevor du den Lehrmeister für andere machst. So ein paar Machtworte möchte ich euch hier mal zeigen. Machtworte zu deiner eigenen Seele. Können wir mal das erste einblenden. Sprich ein Machtwort, wenn aus Enttäuschung anhaltender Frust wird. Du hast Dinge erlebt, die dich tief getroffen haben. Du bist enttäuscht von Menschen oder von Institutionen. Und das weicht nicht. Es bleibt. Es wird zu einem Frust. Und wenn du das nicht bearbeitest, dann entsteht eine Wurzel der Bitterkeit. Und wenn du dann Machtworte aus dieser Enttäuschung heraus sprichst, dann verletzt du und zerstörst du. In Hebräer 12, Vers 14 bis 15, da steht folgendes. Jag dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume und dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Sprich zu deiner Seele, wenn sie bitter enttäuscht worden ist und sag Seele, vergib. Vergib meinem Arbeitskollegen. Vergib meinen Mitgeschwistern. Vergib meinem Chef. Vergib den Kindern. Und am Ende musst du auch dir selber vergeben. Sprich das aus. Das ist ein Machtwort. Du hast die Macht. Wenn Enttäuschung sich in dich reingefressen hat und daraus Frust geworden ist oder Bitterkeit. Sprich dieses Machtwort. Ein weiteres Machtwort. Sprich ein Machtwort zu deiner Seele, wenn aus Fehlern eine anhaltende Verunsicherung entsteht. Du hast eine Aufgabe übernommen. Du hast eine Herausforderung übernommen. Es gelingt dir nicht oder nur schlecht. Du bekommst eine Rückmeldung von anderen. Das war, naja, hätte man besser machen können. War nicht so wirklich. Du hast es vielleicht nicht zum ersten Mal gehört. Die misslingen immer wieder Dinge. Und es verunsichert dich zutiefst. Sprich ein Machtwort zu deiner Seele. Sprich zu deiner Seele. Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Gott schaut mit anderen Augen auf das, was du gemacht hast. Er vergibt nicht nur, er ermutigt dich auch wieder. Er sagt, okay, du wirst es ein weiteres Mal probieren. Wo waren die Fehler? Was hat dazu geführt? Warst du nicht gut vorbereitet? Was verunsichert dich? Was macht dir Angst? Sprich mit Geschwistern, denen du vertraust. Die dich nicht nach Leistung bemessen und auf einer Skala in irgendein Ranking einordnen. Sprich mit solchen Geschwistern. Habe ich mich übernommen? Habe ich mir zu viel zugetraut? Was ist los? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist ein Machtwort zu deiner Seele. Und bring dieses, ich kann nichts, mir gelingt nichts, bringt es zum Schweigen in dir. Ein weiteres Machtwort. Wenn aus Zurückhaltung Menschenfurcht wird, dann sprich ein Machtwort zu deiner Seele. Du sagst, ich bin ein eher introvertierter Mensch. In Ordnung. Ich bin nicht der, der vorne dran stehen muss. In Ordnung. Aber wenn daraus Menschenfurcht wird, wenn du merkst, ich kann eigentlich gar nicht von dem, was mich begeistert, anderen Menschen wirklich frei erzählen. Obwohl ja geschrieben steht, wir sollen immer bereit sein, Hoffnung, die Hoffnung, die in uns ist, den anderen mitzuteilen. Und Zeugnis über diese Hoffnung abzulegen. Wenn du sagst, nee, es ist nicht mein Ding. Das kann ich nicht. Das gelingt mir nicht. Nicht mehr im kleinsten, im engsten Rahmen. Dann ist vielleicht Menschenfurcht dahinter. Sprich ein Machtwort. Lies Römer 8, Vers 15 bis 16, was da geschrieben steht. Da steht, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber Papa, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dann geh erst mal zu deinem himmlischen Vater und sag, Vater, was ist los mit mir? Ich spüre immer so eine Beklemmung, da bremst mich irgendwas. Und dann wird Gott erst mal daran arbeiten, dass du das erfassen kannst, was hier geschrieben steht. Du bist ein Kind Gottes. Du bist geliebt, angenommen. Gott hat ein Erbe für dich. Gott hat einen Plan für dich. Gott rechnet mit dir. Und du kannst zu ihm Vater sagen. Und dann steht in 2. Timotheus 1, Vers 7 noch, du hast nicht einen Geist der Furcht bekommen, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist diese wunderbare Kombination, die du brauchst. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das heißt nicht Lautstärke. Kraft heißt nicht immer Lautstärke. Nicht die, die am lautesten schreien, haben das Wichtigste zu sagen. Kraft, da kann eine Überzeugung drin liegen, die man spürt. Liebe hat immer den anderen im Blick. Dem, dem du etwas zusprichst. Dass der vorwärts kommt, dass der gesegnet wird. Und das spürt man. Wir haben heute früh gebetet. Im Gebetssaum. Der Klaus, die Erika, Roscher und ich und die Irmgard. Gott, jeder hat eine andere Art zu beten. Nicht der, der am lautesten ruft, hat die meiste Kraft. Wenn die Erika betet, dann spüre ich eine Ernsthaftigkeit, eine Tiefe und eine Kraft in diesem Gebet. Da ist Kraft und da ist Liebe für die Menschen. Und da ist Besonnenheit drin. Und das sind Machtworte, die können ganz leise gesprochen werden. Sie werden Gutes bewirken. Noch ein Machtwort. Wenn dein Umfeld dich dazu bringt, faule Kompromisse zu schließen, dann sprich ein Machtwort. Das ist vielleicht das Unangenehmste, was du tun musst. Ja, wenn alle in der Gruppe oder die meisten in der Gruppe, ja, so machen wir das. Und du sagst, da kann ich nicht mit. Du kannst natürlich sagen, sorry, ich bin raus. Alle fragen sich vielleicht, hä, warum? Aber wenn du sagst, warum du raus bist, warum du das nicht mitmachen kannst, dann outest du dich. Und dann kommt vielleicht ein harter Gegenwind und alle sagen, ja, hä, was ist das, in welchem Zeitalter lebst du? Oder das war bei meiner Oma so oder was weiß ich, was die sagen. Egal. Es braucht ein Machtwort, ein Statement in diesem Moment. Jesus hat diese Machtworte gegeben und er hatte keinen anderen Geist in sich als du. Er hatte auch diesen heiligen Geist. Eine Frau in der Mitte soll gesteinigt werden, beim Ehebruch erwischt. Nicht vielleicht, kein Gerücht wirklich passiert. Alle stehen außen rum. Alle stehen. Heben Steine auf. Das Gesetz ist klar, steinigt diese Frau, sie wurde erwischt. Jesus spricht ein Machtwort. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er geht nicht rein und sagt, hey, 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 was macht ihr denn? Also, das muss doch nicht. Nein, er spricht ein echtes Machtwort. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und alle lassen die Steine fallen, weil jeder weiß, in meinem Leben ist Sünde. Und er sagt zu ihr, ist noch jemand da, der dich verklagt? Und er sagt, ich verklage dich auch nicht. Aber sündige nicht mehr. Die Sache ist nicht gut. Und das ist der große Unterschied in unserer heutigen Welt. Die verlangen immer, dass wir alles Mögliche, ja, nein, Toleranz, 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 Toleranz. Alles muss irgendwie passen und was weiß ich. Da ist kein Platz für Machtworte. Trotzdem sprechen die tolerantesten manchmal die härtesten Machtworte. Das merken die gar nicht mehr. Jesus spricht dieses Machtwort. Ich verklage dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Sprich zu deiner Seele. Ich brauche das nicht. Ich muss mich nicht verkaufen an andere. Ich bin zu wertvoll. Sprich das zu deiner Seele. Ich bin zu wertvoll. Ich muss mich nicht verschenken. Ich muss mich nicht verkaufen. Das sind die Machtworte. Noch ein Machtwort. Römer 12, Vers 2. Das kennt ihr, oder? Macht euch nicht dieser Welt gleich. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gott wohlgefällig ist. Das ist Römer 12, Vers 2. Sprich ein Machtwort zu deiner Seele, wenn du Versäumnisse ständig rechtfertigst. Jupp, da habe ich mich auch ertappt gefühlt. Was für eine wunderschöne Stelle. Du willst die Sachen schon längst gemacht haben und erklärst am Ende dir selber, warum du sie noch nicht machen konntest, weil immer was anderes wichtiger war. Zu viel Druck, zu viel Krankheit, weil zu viel erwartet wird von mir. Weil zu viel und immer und überhaupt und ich kann nicht für alle. Und hör auf damit. Sprich ein Machtwort zu deiner Seele. Und sage, ich will ein Täter des Wortes sein und nicht ein Hörer allein. Jakobus 1, 22. Sprich es einfach zu deiner Seele. Nach Seele, du sollst ein Täter sein. Mach dir eine Prioritätsliste. Was schiebst du schon am längsten auf? Wo wäre es am wichtigsten? Macht er, meine Frau, grinst mich an. Genau. Ja, sie ist da mein gutes Gewissen. Wolltest du nicht schon längst? Du sagst immer, du müsstest. Und ich denke, ich verteidige mich am Anfang meistens. Ich sage, Mensch, in der Schule im Moment, ich habe so viel. Und wenn es die Schule nicht ist, muss ich eine Predigt vorbereiten. Oder dann ist am Auto. Es ist immer was. Wenn der Heilige Geist dir das zeigt, dann gibt es keine Entschuldigung mehr. Weil der sagt nicht 20 Sachen, der sagt, ruf den an, mach es jetzt. Schreib diese Zeilen endlich. Besuche ihn oder sie. Tu es endlich. Du willst das ausformulieren? Setz dich hin. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Mach es doch unter der Leitung des Heiligen Geistes. Dann wirst du merken, dass immer noch Menschen unzufrieden sind, weil irgendjemand, wie soll ich sagen, jeder denkt, das ist wie mit den Schülern, die stellen sich immer, jeder will der Erste vorne sein. Also ich zuerst. Ich, ich, ich. Das soll dich nicht beeindrucken. Arbeite mit Gott. Frag ihn. Und dann geh deine Versäumnisse an und räum eine Sache nach der anderen weg. Noch ein Machtwort. Ein letztes. Sprich ein Machtwort zu deiner Seele, wenn Zorn dein Handeln lenkt. Jakobus 1, Vers 20. Denn des Menschen Zorn tut nicht, 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 was vor Gott recht ist. Des Menschen Zorn. Wie ich in der U-Bahn aufgestanden bin, das war nicht mein Zorn, weil ich wollte raus und Ruhe haben. Das war sein Zorn über das, was die beiden da machen und was er seiner Freundin, Lebensgefährtin, keine Ahnung, antun will. Sprich ein Machtwort. Okay. Aber mein Zorn, meistens geboren aus Eifersucht, aus Stolz, aus Angst, ja, aus Vergeltungsgedanken, da kommt nichts Gutes bei raus. Nenne das nicht heilig, was Gott auch nicht heilig nennt. Ich habe mir diesen Vers, mindestens 25 Jahre her, wirklich am Frühstückstisch an die Wand eingerahmt. Ich habe mir das groß abgeschrieben, in den Bilderrahmen gepackt und hingehängt. Dass ich jeden Früh beim Frühstück sitze und da habe ich drauf gedacht, okay. Ich hatte ein echtes Problem mit Jähzorn und ich musste es so bekämpfen mit diesem Machtwort, bis ich frei geworden bin. Bis ich frei geworden bin und dann habe ich es abgehängt. Jetzt ist es da drin. Das langt, ich muss es mir nicht mehr überall hinplakatieren. Vielleicht hast du ein anderes Machtwort, was du sprechen musst oder proklamieren musst über dein Leben. Ich sage nicht, dass du alle diese Dinge erst durchgehen musst, um anderen Menschen eine Grenze zu setzen. Das musst du nicht. Aber wenn du diesen Prozess auslässt, dann wird es zerstören und verführen. Dann wirst du Schaden anrichten und keinen Segen bringen. Sprich zu deiner Seele, macht Worte und dann erfühle das innen drin. Spüre das, wenn der Geist Gottes dich dazu bringt. Steh auf in deiner Firma, steh auf an deinem Arbeitsplatz, steh auf in deiner Familie, steh auf in der Gesellschaft und erhebe deine Stimme. Und dann wird es Frieden bringen, freisetzen, zur Besinnung bringen, Klarheit schaffen, was auch immer. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020